Hallo und herzlich willkommen an der Grenze zu Armenien. Dani hat nach drei Tagen endlich keine Rückenschmerzen mehr und wir verlassen schweren Herzens unser neues Lieblingsland Georgien. Habt ihr schon mal von Armenien gehört? Würdet ihr nach Armenien reisen wollen? Schreibt es gleich mal in die Kommentare. In dieser Folge nehmen wir euch mit von der georgischen Grenze bis zum Sivansee, dem größten Süßwassersee in ganz Armenien. Die machen hier irgendwie Party. Super nett hier. Jetzt fahren wir nach Armenien. Raus aus Georgien, ab nach Armenien. Also die Ausreise hat wunderbar funktioniert. Jetzt sind wir an der Einreise nach Armenien. Und man muss erst in so einem Nachbar-Dingens in so einem Zettelchen zeigen, äh, so eine Impfung zeigen. Und dann kriegt man so einen Zettel. Und der Zettel zeigt, sagt anscheinend, okay, du hörst durch. Da ist das Datum drauf, eine Unterschrift vom Doktor. Und jetzt warten wir noch drauf, dass sie sich den Zettel angucken. Und dann geht es gleich weiter. Elli, wo sind wir hier? In Armenien. Wuhu, da oben steht's. Wir haben es geschafft. Wir sind eingereist. In Land Nummer 18. Sollen wir es gleich da draufwerfen? Sicher nicht. Wir stehen jetzt hier, haben das letzte Internet quasi noch aus Georgien. Machen jetzt noch ein paar Sachen klar mit euren Postkarten, weil es haben sich voll viele Leute jetzt gemeldet, die sich dafür interessieren. Jetzt schauen wir mal, wie viele wirklich eine haben wollen. Aber wir haben es mal allen geschrieben. Und außerdem habe ich gerade festgestellt, dass man eine Bremse leckt. Ziemlich uncool. Da kommt Öl raus. Ja, wir werden jetzt mal schauen, dass wir Richtung Wannertsor weiterkommen. Und, ähm, ja genau. Hauptsache, wir kriegen bald mal wieder Handyempfang. Weil das ist jetzt echt das letzte Handy hier, sozusagen. Wir sind jetzt an der Kreuzung angekommen, an der ersten, wo wir sind. Und wir müssen nach rechts, weil links, da führt es Richtung Aserbaidschan. Und da geht's Chamützl. In die wir ungern geraten. Deswegen fahren wir natürlich im Laden ins Inneren. Wenn ihr dieses Video guckt, hat sich das vielleicht alles schon längst gelegt. Aber im Moment ist es absolut nicht cool. Deswegen wollen wir nicht so gerne ins Kriegsgebiet fahren. Schaut euch mal den Boden an, das geht schon gut los. So, höher machen, Schluss. Mein Rücken nicht so beanspruchen und so. Vorhin noch mit meiner Mama telefoniert. Die ist Physiotherapeutin, die kennt sich ja ganz gut aus. Und da hat ein ziemliches Gewissen geredet. Und entsprechend, äh, ja genau. So, das mache ich jetzt ein bisschen langsamer heute und morgen und so. Und ja, wir schlafen hier in dieser Bushaltestelle. Das nächste Mal. Ah, scheiße hier an der Straße, ne? Aber es ist halt trocken, weil heute Nacht könnte es schon regnen. Und wir wollen einfach nicht mehr nass werden. Das Tolle, sie haben hier auf jeden Fall Wasser hinter mir. Und der Herr, der da sitzt und seine Kakis verkauft, der kam hier gerade rum. Kommt so rauf, sagt hallo. Kein Wort gesagt und hängt uns eine ganze Tasche Kakis ans Fahrrad. So völlig kommentarlos. Total lieb, oder? Das ist echt ganz schön. Die Jungs, die da hinten im Bild sind. Ich gehe mal drauf. Die kamen gerade noch mal vorbei mit noch mehr Kakis. Wir haben unser erstes armenisches Wort gerade gelernt. Ich habe gesagt, was Danke heißt. Und ich glaube, Schnorragalutsu. Ja, Schnorragalutsu oder Schnorragalutsu oder so. Wir sind gerade dabei zu lernen. Ja, wir sind üben. Man fühlt sich immer so ein bisschen, ja, verkrüppelt, wenn man in ein neues Land kommt und kein Wort spricht. Ja, das ist ein bisschen schade. Man kann sich das alles vor allem im Internet angucken, aber dass man es dann richtig ausspricht, funktioniert sowieso nicht. Man muss es von den echten Leuten hören und, genau, der Junge hat es uns gesagt. Nicht nur die Sprache war neu, sondern auch die Schriftzeichen. Ganz anders als in Georgen. Sprecht ihr Fremdsprachen? Wenn ja, welche? Vielleicht sogar armenisch? Morgen. Hat natürlich gestern noch geregnet. Super klasse, dass wir hier so schön trocken sind unter unserem Sowjet-Kabuff. Und ja, jetzt geht es immer weiter Richtung Wanderzor und ein kleiner Winterhack für euch. Wenn ihr euch beim Frühstück machen, stellt eure Schuhe neben den Kocher. Und natürlich Wänden nicht vergessen, damit sie schön trocken werden. Und unser Zeltdach haben wir jetzt mal da drüben mit diesem Stein gehängt. Damit es hoffentlich vielleicht ein bisschen trocknet von innen. Also, das ist von außen nicht feucht oder so, aber von innen halt wegen der Kondenswasser leicht feucht. Das, wo wir gerade fahren. Das ist Teil der Hauptverkehrsstraße zwischen Tiflis und Jerewan. Das musst du dir mal vorstellen. Boah, diese Löcher. Ein Hennig ist es nicht gerade leichter. Vieles, was uns bereits in Georgien aufgefallen ist, entdecken wir auch in Armenien wieder. Wie zum Beispiel die teilweise sowjetisch geprägten Bauten. Trotzdem schien dieses Land ein wenig, nennen wir es mal rustikaler und simpler zu sein. Aber nicht weniger interessant. Zusammen mit Georgien und Aserbaidschan gehört Armenien zum Südkaukasus, das früher zu den Sowjetrepubliken der Sowjetunion zählte. Das wurde hier hergestellt oder abgefüllt oder verarbeitet. Irgendwas mit Wasser zu tun haben. Irgendwas hat geraucht. Da oben ist ein Schornstein. Irgendwas wurde irgendwo reingefüllt. Hier. Und dann, ja, keine Ahnung. Wir wissen es leider immer noch nicht. Habt ihr vielleicht Ideen? Schreibt es uns unter das Video. Unser zweiter Tag hier in Armenien. Und die ganze Zeit, wo wir Radl gefahren sind, habe ich mir schon gedacht, boah, es wird ganz schön hart, wild zu zelten. Wo findet man hier bitte einen Platz? Weil rechts und links gibt es absolut keine Fläche, wo man versteckt zelten kann. Und, ja, man findet aber immer was. Man muss nur die Augen offen halten. Wir machen Schluss für heute. Und das hier wird unsere Schlafplatzmöglichkeit für heute. Das mit dem Wasser ist auch ein bisschen tricky. Wir haben nur zwei Quellen gefunden, die funktionieren. Außerdem haben wir gelesen, dass das Wasser hier nicht sehr gut sein soll. Also man sollte es filtern oder Wasser kaufen. Wir werden es erst einmal eh abkochen. Sind mal gespannt, ob es trinkbar ist. Es sieht ganz gut aus. Sind keine Teilchen drinnen, aber, ja. Zelt steht. Die Dachen sind drin. Die Schlafsäcke sind ziemlich klamm. Was ein Problem ist, Melli, tu mal die Sachen von deinem Schlafsäck runter. Der muss sich aufdehnen. Und, ja, ich habe auch schon fleißig Holz gesammelt hier. Und daneben einen Ofen gebaut. Damit wir den Leuten hier ihren Boden nicht kaputt machen. Ich glaube, das wäre scheißegal, weil es ist eh eine Ruine. Aber trotzdem, wer weiß, haben wir so ein Metall genommen. Dann können wir morgen die ganze Asche da runter schmeißen. Und, ja, mit Dachziegeln und so weiter habe ich das jetzt hier ganz gut gedämmt. Hier in der Mitte hat es so ein komisches was auch immer Ding. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Keine Ahnung. Ihr könnt ja mal kommentieren, was ihr glaubt, das ist. Fischtank oder Quass, weiß ich was. Vor allem, wozu dieser Steinhauf in der Mitte sein soll mit dem Spieß. Ja, genau. Da war gerade eben schon ein Typ da, der so, ah, was macht ihr? Und dann hat unser Zelt gesehen, ah, wie cool, hey, super, Daumen hoch. Ist er gegangen. Besonders wichtig beim Fahren im Winter ist Feuchtigkeit. Man muss trocken bleiben. So, und selbst wenn es nicht regnet, schwitzt man und man schwitzt sich die Kleidung nass. Wenn man abends ins Zelt will, gibt es entweder die Option, dass man einfach trockene Kleidung anzieht, wenn man es hat. Dann hat man allerdings das Problem, dass am nächsten Tag die Kleidung, die nass war, immer noch nass ist und dazu auch noch kalt. Also es ist keine Option. Dann gibt es die Option, dass man sie einfach anlässt und trocken schwitzt im Endeffekt. Das funktioniert auch sehr gut, aber das Problem ist, dass man dafür noch ausreichend Zeit braucht, bevor man in den Schlafstack geht. Weil wenn man zu früh in den Schlafstack geht, landet die Feuchtigkeit, die austrocknet im Schlafstack. Und damit wärmt der Schlafstack nicht mehr. Genau, wir fangen jetzt hier quasi bei Mellys Radlose an. Wenn die trocken ist, tut sie sie runter, zieht das nächste Teil drüber. Das wäre dann quasi ihr Trikot hier. Das hält sie runter, hält den Rest hoch, bis es trocken ist. Und dann das nächste und das nächste und das nächste, bis alles hinten trocken ist. Und dann wird gewendet. Damit der Schlafstack quasi die Feuchtigkeit vom Schweiß her nicht dann am Schluss aufnimmt und dann funktioniert die Daune nicht mehr. So, und so sieht es dann aus, wenn wir unsere feuchten, nasen Sachen trocknen. Hier über diesem Feuerchen. Das ist passiert, so wie es immer passiert. Da kommt, vorhin als ich Feuer gemacht habe, eine Besitzerin von der Hütte. Und war der Meinung, wir dürfen kein Feuer machen. Und ich so, oh scheiße, okay, dann mache ich es aus. Und dann sieht sie so, nein, 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 ich darf nur nicht dieses Holz benutzen, was ich benutzt habe. Weil ich habe das Holz, diese Hütte hinter mir, seht ihr die? Ja, genau, diese Hütte. Die habe ich so ein bisschen außen angenommen. Ich meine, schaut euch mal die Hütte an, da ist Schluss. Da fehlt alles. Und dann hat sie mir anderes Holz gezeigt, was ich benutzen darf, und dann durch die Feuer machen. Okay, wunderbar, dann vergehen wir eine Stunde oder so, wir trocknen unsere Sachen. Und da kommen noch, echt, da kommen noch vier Jungs an, so in unserem Alltag. Und die Essen in der anderen Hütte, in der großen Hütte, die ihr dahinter seht, diese große mit dem weißen Dach. Und ob wir nicht vorbeikommen wollen, Cha-Cha trinken. Ihr kennt das aus Georgien. Hier heißt Cha-Cha was anderes. Ich habe es gerade erst gelernt, ich habe es wieder vergessen, jetzt aufgeschrieben. Und genau, end vom Lied ist, dass wir jetzt bei denen da drin hocken und wir nehmen zusammen Abendessen. Wir haben unser Essen mit reingenommen und so, sie essen von unserem Essen und wir essen von denen hier im Essen. Wir lernen unser erstes Armenisch und es ist einfach so ein schöner Austausch, weil es ist so, wir dachten, wir gehen jetzt ins Bett, wir trinken vielleicht ein Bier oder zwei und dann gehen wir schlafen, weil wir sind eh müde. Und schwuppdiwupp passiert es halt wieder ganz mal anders, so völlig anders, als man denkt. Und genau so ist es wieder passiert. Und das sind die Sachen, die diese Reise so unglaublich liebenswürdig und uns so lebenswert machen. So ist es schön und besonders, weil, ja, keine Ahnung, so etwas wie jetzt, das können wir auch nicht filmen. Ich möchte da drin nicht die Kamera rausziehen und den Leuten ans Gesicht halten. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht, aber im Moment geht es halt nicht. Und ja, die sind so lieb und so, ich meine, wow, Leute, so unglaublich. Ich zeig euch nochmal kurz unseren Stand hier, da schlafen wir und da gehe ich jetzt wieder rein und ich werde es euch berichten. Wir sind schon eigentlich wieder ready zum Weiterfahren. Hier drinnen hatten wir eine sehr lustige Nacht gestern und zwar sind hier noch die Besitzer vorbeigekommen. Und man sieht es hier schon, die machen wie so eine Abfüllanlage und hier füllen die Eiskaffee rein und verdeckeln das und alles hier in der Maschine. War richtig lustig, wir haben unsere ersten armenischen Wörter gelernt und wir hatten hier Abendessen zusammen. Also wir hatten schon was gekocht und wir haben was mitgebracht und wir haben alles miteinander geteilt und es gab Schnaps. Auch auf eine Fresse. Irgendwann wurde es dann kühl und dann zieht er plötzlich diesen Flammenwerfer raus in der Ecke. Dieses Teil und dreht es voll auf und plötzlich ist es hier drin super warm und alle lachen. Super ey. Also wir haben da draußen trotzdem gezeltet. Dann haben wir noch schnell hier ein bisschen auf und dann sind wir weg. Sieht super aus hier. Amgeben von diesen riesen Bergen. Wirklich beeindruckend. In Armenien fühlen wir uns richtig reich hier. 20.000 erscheine, 5.000 und 1.000. Da sind auch da nullen hinten drin. Ja, wir gehen jetzt mal Kartoffeln kaufen. Schauen wir mal wie viele Tausend es kostet. Hier hinten. Ja, wir sind in Wanderzohr. Ich muss mal wieder so oft mit dem Handy filmen, weil die GoPro einfach nicht funktionieren will. Das Ding geht nicht an und die letzten ganzen Clips hängen sich dauernd auf. Das Bild geht ein. Das ist ein Drama. Aber bald lösen wir es hoffentlich. Wie auch immer. Krass hier ist Wanderzohr. Also noch 1.320 Metern. Schauen wir mal wie sich das Wetter entwickelt. Wenn es nämlich nicht so geil wird, dann bleiben wir hier. Und naja, wenn morgen wird es schön. Wir sind jetzt durch Wanderzohr gefahren. Ich habe hier auf der Karte einen Park entdeckt. Und es ist echt krass hier. Wird renoviert so in der Art. Die Wege sind alle aufgerissen. Wir suchen jetzt einen Unterstand, wo wir bleiben können. Weil es fängt schon an zu regnen. Hier haben wir was gefunden. So ein Zirkuszelt. Ziemlich abgefahren. Hier gibt es nur eine Brücke zum Eingang. Und hier unten sind dann wohl die Krokodile oder so. Das ist abgefahren. Ja, da ist wahrscheinlich Wasser drin. Ist schon krass hier. Ziemlich cool. Komm rein, Fiepsel. Hier ist trocken. Das sieht nicht nach Zirkuszelt aus, oder? Ich freue mich so. Es ist so arschkalt draußen. Und wir waren ja hier gerade in dem Zirkuszeltunterstand. Und da konnte man aber nirgendwo irgendwie aufs Klo gehen richtig. Das Klo ist gar nicht so wichtig. Naja, es war super kalt. Feuer. Für mich war jetzt das Klo nicht so da. Und Feuer konnte man auch nicht machen. Ohne Feuer. Wir haben ja gestern schon erzählt, die Klinik ist nicht trocken. Und die Schlafsäcke sind ja immer noch nass. Und da haben wir uns gedacht, hey komm, schauen wir mal, ob es hier bei Airbnb was gibt. Und da war tatsächlich was. Dann haben wir ein Badgetzimmer, haben wir ausgemacht. Und sind dann hier angekommen. Es ist richtig kalt. Haben dann auf den Besitzer gewartet. Er hat gesagt, fünf Minuten. Der kam dann nach einer Viertelstunde. Aber jetzt haben wir kein Badgetzimmer bekommen, sondern das hier als Entschädigung. Die einzigen Gäste. Ja, voll. Es ist halt sonst keiner da. Und eigentlich haben wir das Zimmer mit Stockbetten. Ja. Was wirklich so groß ist wie eine Vorratskammer. Aber wäre voll okay gewesen. Aber wir kriegen das hier. Ja, und sogar Föhn ist dabei. Ist richtig geil. Oh Mann. Oh, mir geht es richtig gut. Mir wird schon innerlich warm. Und ich freue mich auf die Dusche. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, viel cooler heute hier drin als an einem Zirkuszelt. Wir haben ja noch Nächte genug, wo wir so einen Spaß machen. Si, si. Wir sind am Start. Und weiter geht es. Raus aus Wanderzor. Gut geschlafen. Und heute geht es halbe Strecke zum Seewansee. Morgen vermutlich am Seewansee ankommen. Hier gibt es extrem coole Gasbusse. Wir haben auf dem Dach diese Taucherflaschen. Und da ist Gas drin. So richtig old school. Super cool. Funktioniert bestens. Da oben liegt schon Schnee. Wir sind es auf knapp 2000. Das hat super aufgeklart hier. Die letzten Tage waren nicht so schön, aber trocken halbwegs. Aber jetzt geht es zu uns gleich wieder bergab. Und dann da hinten, die Berge, die da ganz hinten sind, wieder hochzufahren. Mal eine Frage an euch. Radelt ihr lieber den Berg hinauf? Oder bei Gegenwind im Flachland? Wir sind gespannt auf eure Antworten. Ja, solche Läden sind es, die wir gerne suchen. Die ich euch auch ans Herz lege. Es ist alles klar ausgestellt. Die Preise sind fix. Und ja, es sieht aus, als wäre es gut besucht. Weil sie hat da ordentlich was. Ist auch gescheit abgedeckt. So, es gibt so fertig geröstete Kartoffeln. Wir haben uns für 2000 eingekauft. 2000 sind, ähm... Also der aktuelle Kurse liegt bei 550. Also irgendwas vielleicht mit 3 Euro. Dann schauen wir, dass wir irgendwo noch ein Wein herkriegen. Und dann hauen wir uns irgendwo hin und essen was. Weil die Sache ist nämlich die. Hoch zum Seewansee sind 800 Höhenmeter. Und es glaube ich nicht, dass wir heute noch schaffen. Wenn wir auf dem halben Weg zelten, finde ich scheiße. Weil es ist halt Verpentinen und so. Und da wird es bestimmt nichts geben. Also bleiben wir lieber hier und machen morgen alles in einem Stück. Glaube ich. Bis jetzt. Wir schauen uns ganz ständig immer an. Schätz mal, wie schnell ich gerade war. Oh Gott. 65. Haha, nein, Fäller. Ach, scheiße. 75. 75, ja, neuer Rekord. Geil, oder? Das ist geil. Das ist nicht lustig. Okay. Ja, wir machen jetzt eine Pause. Erstens zum Mittag. Ein bisschen spät. Wir haben es hier schon. Ich glaube, halb drei. Und es ist Zeitverschiebung drei Stunden mittlerweile schon zu Deutschland. Also wir haben uns zwei Wraps geholt. Und, ah, ich habe schon so Hunger. Jetzt schnell, schnell, schnell. Ja, und ein Wein. Ich habe festgestellt, ich habe das Probier hier probiert. Nichts zu empfehlen, absolut entsetzlich. Deswegen probieren wir es jetzt mal mit Wein. Schauen wir mal. Das ist jetzt ein trockener Roter. Das ist das Einzige, was ich darauf lesen kann. Die haben das extra nochmal draufgeklebt. Sehr lustig. Schauen wir mal, was da unten drunter geklebt hat. Ah, elf Prozent. Also aus elf Prozent hat man zwölf Prozent gemacht. Das ist interessant. Aus elf Prozent macht man zwölf Prozent. Und aus siebenhundert Milliliter macht man siebenhundertfünfzig Milliliter. Das wird einfach drübergeklebt. Ist das geil. Ja, ein Upgrade. Aber es stimmt, weil hinten steht es wirklich drauf. Es sind siebenhundertfünfzig. Ich schätze mal, die haben es verkackt beim Design von dem Etikett. Ich habe einfach irgendwie so ein Gespür, glaube ich, mittlerweile für Camping. Und warum ich jetzt hier bin, ich habe mir die Himmelsrichtung angeschaut. Ich möchte gerne Abendsonne haben. Also bin ich auf dieser Seite. Wir sind in der Halbinsel. Und irgendwie hatte ich so ein Gefühl, oh fuck, jetzt muss ich da ganz schnell rechts. Genauso war es auch, weil hier ist alles voll mit, wie sagt man dazu, weil man trifft sich im Sommer, grillt zusammen und es ist nicht direkt Urlaub, wo man einschickt, sondern so wie so Wochenendding. Es ist eine Mischung aus einem Restaurant und aus einem bringen wir dann Essen selber mit und habt da Partyplatz. Und so was ist das hier. Und weil jetzt halt die Saison vorbei ist, ist keiner mehr da. Und jetzt haben wir uns hier ein exzellentes Hotel rausgesucht. Wirklich schön. Tolle Sitze. Hier. 1A, oder? Einfach perfekt. Unser Schlafplatz liegt direkt am größten See von ganz Armenien, dem Seewarnsee. Er liegt auf etwa 1900 Metern über dem Meeresspiegel und ist 940 Quadratkilometer groß. Wir haben beschlossen, wir machen heute einen Pausentag, weil Armenien hat schon ziemlich viele Höhenmeter zu bieten. Also es geht immer wieder bergauf und bergab und bergab und bergab. Und ja, die Sonne scheint, wir sind direkt am Seewarnsee. Und ich glaube, das ist der perfekte Tag, um einfach mal einen Nichtradeltag einzuleiten. Genau, außerdem kommt der Thibaut vorbei, den werden wir jetzt seit Lea lange Zeit nicht mehr sehen. Und der wird wieder zurückgehen nach Georgien und dann nach Hause trampen, um uns eine Familie zu besuchen, weil es ist das letzte Mal, dass er Weihnachten woanders hatte, es war in der Türkei, und jetzt möchte er es doch mal wieder zu Hause haben. Also werden wir uns wahrscheinlich erst wieder nach dem Iran sehen. Heute kommen wir auf dem Feuer. Und zweimal hier. Also ein Kilo Nudeln und eine ganze Packung Soße, das reicht auf jeden Fall für uns drei. Endlich essen. Mittlerweile ist alles eingepackt. Wir sind startklar soweit. Die Sonne ist auch gerade eben vor zwei Minuten rausgekommen, wirklich super. Heute geht es um den See rum, ich weiß noch nicht wie weit, bis zum Ende, wo wir abfahren sozusagen, sind es 75 Kilometer. Das wäre möglich, aber ich weiß noch nicht, ob wir so schnell machen wollen. In einem Hostel mit warmer Dusche und Internet lassen sich diese Reise-Dokus doch gleich viel besser produzieren als im Zelt. Damit wir auch weiterhin kostenlos und unabhängig unsere Videos mit euch teilen können, freuen wir uns deshalb riesig über deine Unterstützung, zum Beispiel als Mitglied oder über Paypal. Alle Informationen findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank und bis bald. In Armenien. Vielen Dank. Tschüss.